Und nun eine der weiteren Favoritinnen, Olga Strasheva, 16 Jahre aus Saborosche in Ukraine. Eine exzellente Übung hat sie am Stufenbahn, schwierig, originell. Gina Saltau. Katschow-Grätsche. Und Doppelzahlder mit ganzer Drehung, ja, aber da sie nicht zum sicheren Stand kam, muss sie mit einem Abzug von mindestens einem Zehntelpunkt rechnen. Hier noch einmal. Die Konter-Grätsche nach Alexander Katschow benannt, Olga Strasheva. Und der Abgang, Doppelsalto mit ganzer integrierter Drehung benannt, Sukahara.